Han Yuan, im Süden der Provinz Sichuan. Diese ländliche Region lebt von Birnen. Birnenhaine überziehen die Berge bis hinunter ins Tal. Im Stadtzentrum soll die Birnengöttin auf ewig die jährliche Ernte segnen. Es scheint zu wirken, denn Han Yuan produziert 80% aller Birnen in der Region. Jedes Jahr im August sind die Bäume schwer mit Früchten behangen. Vor der Ernte werden sie einzeln eingepackt, um sie vor Insekten zu schützen. Eine durchschnittliche Familie produziert etwa 5 Tonnen Birnen. Doch die üppige Ernte ist nicht den Bienen zu verdanken, denn die gibt es hier schon lange nicht mehr. In den frühen 80er Jahren hat die unkontrollierte Nutzung von Pestiziden die örtliche Bienenpopulation ausgelöscht. Und mit ihnen die Blütenpflanzen, von denen sie sich ernährten. Die Obstproduktion brach zusammen und die Bauern mussten zusehen, wie ihre Lebensgrundlage vor ihren Augen verschwand. Ich schrieb einen Brief nach Peking und bekam als Antwort, dass man jetzt von Hand bestäuben müsse, weil die Insekten ja durch die Pestizide getötet worden waren. Nun müssen die Bauern jeden April die Rolle der Honigbienen übernehmen. Und das ist nicht so einfach, wie es bei den Bienen aussieht. Zuerst muss der Blütenstaub gesammelt und von Hand vorbereitet werden. Von den Staubbeuteln, den männlichen Teilen der Pflanze, muss der Blütenstaub abgerieben und bis zu zwei Tage getrocknet werden. Danach können die menschlichen Bestäuber mit ihrer Arbeit anfangen. Dr. Tang Ya von der Universität Sichuan beobachtet seit längerem den Bestäubungsprozess der Bauern von Han Yuan. Heute will er die Früchte ihrer Arbeit begutachten. Als ich das erste Mal davon hörte, konnte ich es nicht glauben. Das wird doch normalerweise von der Natur, von den Bienen erledigt. Nur mit einem Bambusstab und ein paar Hühnerfedern imitiert der Bauer Cao Qingyuan den flaumigen Körper einer Biene. Mit Blütenstaub benetzt, genügt eine sanfte Berührung, um die Blüten zu bestäuben. Jeden Frühling machen sich hunderte von Arbeitern an die Birnbäume heran und bestäuben sie Blüte für Blüte. Ein Bienenstock kann pro Tag bis zu drei Millionen Blüten bestäuben. Ein Mensch, maximal 30 Bäume. Es ist ein mühevoller und teurer Ersatz für eine Leistung, die früher die Bienen erbrachten. Kostenlos. Ich wünsche mir, dass sich die Natur wieder erholt und die Bienen zurückkehren. Das hier ist eine sehr schwierige Situation für uns. Wenn man in den USA die Honigbienen durch Arbeiter ersetzen müsste, würde das pro Jahr 90 Milliarden Dollar kosten. Und auch hier in Hanyuan wird die Handbestäubung wohl nicht lange Bestand haben. Noch ist die Handbestäubung für die Bauern wirtschaftlich. Doch China verändert sich sehr schnell. Die jungen Menschen zieht es in die Stadt. In nicht allzu langer Zeit, in 10 bis 20 Jahren, wird es sehr schwierig werden, diese Arbeit durchzuführen. Hanyuan gibt uns eine traurige Aussicht auf eine mögliche Zukunft ohne Bienen. Es zeigt uns, wie unersetzlich die Honigbienen wirklich sind. Es gibt keinen Ersatz für die natürliche Bestäubung. Und es scheint auch keine großen Anstrengungen zu geben, einen zu finden. Man hat schon einiges ausprobiert, Windmaschinen oder vibrierende Gewächshäuser. Doch nichts kann Bienen ersetzen.